hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge let's play star trek online und auch von mir von diesen nimbus 3 speedrun hallo und schnell schnell hopp auf hier und müssen los ja ich bin gleich mal krieg ich krieg ich krieg ich komm fall schnell um fall schnell um wir müssen schon fertig sein in fünf minuten gibt es kaffee was kaffee was nein ja ja wir sind immer noch hier im nimbus 3 wunderschönen extrem geilen missionen mach ja mal dinge aus ja ich bin schon unterwegs speedrun weil die mission einfach so cotton scheiße sind für uns zumindest ja weil es ein bisschen langweilig ist weil es nur boden rumgelatscht ist und sonst nix und zudem haben wir es bei der föderation schon gespielt deswegen machen wir speedrun ach du scheiße was dann passen wir durch forsten ach seh habe ich ja noch so einen blöden text hinten dran mach dir schnell deine föderationsfolge auf dann kannst du nachgucken was du gemacht hast ja ich klicke einfach mal gerade sinnlos durch die gegend bis ich was finde erst noch mal das schlimme ist dass der don hat auch noch so viel glück dass er es hinkriegt was nix ich gucke mir da weiter im eigenen raum an äh epsilon ich muss mal ein bisschen mit 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 verstand machen wo kriegst du den jetzt her was den verstand ich habe den eingebaut hast du eingebaut und tiefer gelegt aber noch mal was gleich wenn dann äh 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 ditte ditte dambung fertig weiter kommen wir nicht jetzt irgendwelche gegner nö ne ach g wissen dass wir keine zeit haben genau hält nur auf und luftnäste so langsam daher ja bei dir leckts ein bisschen was ist bord wie er leckt so ich tue schon mal den lachie angreifen daher ach das war die mission ja das war übrigens die mission genau wo mir erst mal schön gestorben sind vorhin jetzt bin ich hier aus dem ding rausschießen du ost oder ein lachie sieht fertig aus dass ein sicher bewährter sicher blitzturm ich habe also meinen und wieder und die macht das schon so man das umgelegt blauer lud mhm wissenschaftskit jetzt hat ach nee ich habe es bekommen ist für uns taktiker ja unheimlich interessant aber hinten ist konsole die mache ich die machst du ja video jene katze rasiere dich in klinik ohne so elarie eingefangen elarie tot ne beam jetzt tot komm einmal profis arbeiten und hochbeam akzeptieren ja ich hochbeam wir müssen ja noch mehr spaß machen nö das war es echt ja ja das ist ja wir sind absolut wir beide sind sowieso total durch auf dem schirm und tarek und captain tonot und tarek und captain kawatz und tarek und kolonne hakif und bling so krieg ich habe lustigen kollege kommen wir sind näher ich sage ich aus hier mit das hammer und das hier ach das ding haben wir noch zum abschießen jetzt gehen sie aber runter war ach du stimmt du hast ja noch deinen wissenschaftskreuz hat er ja genau wissenschaftskreuz wie das klingt wenn ich als als techniker beim anderen in der skrotter fliegen kann dann kann ich auch mal als als den ganzen ding ins fliegen was ich sehe meine maus nicht mehr da hinten hoppala ach das war das teil fix ich bin es gar nicht mehr gewinnt was hier kommt fliegt mhm vor allem wir haben ja gerade eben erst noch Föderation aufgenommen obwohl da habe ich ja mittlerweile auch ein taktikschiff aber trotzdem ist es gerade ein bisschen umstellung ich suche da immer fähigkeiten ja ich auch und ich habe da dieses schild wieder gefunden so jetzt wieder runter beam was du so gemocht hast du bist ja eh so ein fan von diesen schildern ne achso das ding ja 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 hör mir auf auch wenn sie vielleicht mal irgendwo in der ich aktiviere meine ganzen buffs damit ich schön angreifen kann dann aktiviert der ein schild und ich kann nicht schießen und muss dann erstmal fünf minuten lang drumrum fliegen so die ganz du hast du das haben sie noch richtig gehört ja bah 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 bau halt verbündeten in kontakt rufen eine annehmen ok was gibt's denn ein popkern machen wir den ob wir sind ja bald level 30 neue schiffchen so und jetzt gesagt ich beide rufen mit einmal Ich hab vorhin schon mal ein bisschen ausgeräumt. Ja, mittlerweile ist es wieder voll bei mir. Ich hab auch schon ausgeräumt gehabt. Was ist jetzt? Die Vault. So, warte mal, warte mal. Das ist ja mindestens eine der geilsten Missionen davon. Die Romulaner haben die Borgtechnologie in einer Basis namens Wolterforsch. Die Vault wurde dem Chaos der Zerstörung der Romulanischen Heimatwelt überlassen. Einige Jahre später entsandten wir Scout-Schiffe in die Region, aber sie gerieten in einen Hinterhalt eines unbekannten Schiffes. Seitdem überwachen wir die Region auf Aktivitätszeichen. Die Langstrecken-Sensoren haben Energiespitzen im Harkona-System entdeckt und der Klingonische Geheimdienst geht davon aus, dass jemand versucht, die Vault wieder online zu bringen. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer das ist. Ich möchte auch wissen, ob auf dieser Basis Borgtechnologie oder eingeschränkte Waffen zu finden sind. Eingeschränkte Waffen? Viel Glück und viel Spaß bei der Jagd. Sprechen Sie mit Wichka für zusätzliche Informationen. Gehen Sie anschließend zu Schiffswerf, gehen Sie an Bord als Shuttles und fliegen Sie in das Harkona-System im Civil-Logum-Sektor-Block und schleusen Sie sich in der Vault als Spion ein. Akzeptieren. Was machen wir jetzt? Der Vault. Aber erstmal tue ich mir... Erstmal tue ich mir ganz kurz mal ein bisschen ein paar B.O.s mit irgendwelchen Zeug ausstatten, damit ich Inventar leer kriege. Ähm... Jetzt haben wir ja gerade hier Frisch so einen Warpkern bekommen, den haue ich da mal rein. Stimmt. War ja was. Warpkern, dann kann ich den alten gleich wegschmeißen. So, was ist hier drin? Da ist eh eine Disruptor-Kanone-Standard-Ausgabe. Da kommen wir gleich... Und was haben wir hier? Äh... Fünf, fünf, vier, sechs... Durchstoß-Tedrion. Ach komm, dann lassen wir hier mal ein bisschen... Achtern-Waffen gibt's halt eben hier nicht. Vielleicht auch den Hark-Peng reinbauen können. Den Hark-Peng. Kampeng. Kampeng, Fing, Schaweng, Kalinka, Schwenng, Deideng. Was haben wir hier für Sachen? Kroniton-Fluss-Regler. Nein, Molotanium-Legierung. Reparatur-Gegenmaßnahmen-Schild. Sechs, fünf. Krass, das regenerative Myri-Schild ist schlechter als das weiße Standort-Schild. Hm. Wahnsinn. Ähm... Lass mich mal die Plasma reinwerfen. Ähm... Gut, machen wir weiter. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Ich hab's doch keine taktischen Konsolen reinzupacken, aber... Ist doch egal. Dann Transwoben. Stimmt, wir müssen ja Shuttle. Was müssen wir erst noch holen, ne? Transwob. Ich mach einen Transwob-Beam. Allerdings sind wir jetzt ja nicht mehr auf Nimbus. Ich hab... Ich hab'n Shuttle außerdem. Wir hatten schon mal ne Shuttle-Mission. Ja, ist nur die Frage... Echt? Ich glaube... Die Klingonische Shuttle-Mission? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hab ich schon ein Shuttle ausgerüstet. Mir gehst du darum, ist The Vault auch ein Speedrun? Na, eigentlich schon. So viel Lesen gibt's dann nicht. Hm. Begeben sie sich ins Kwonos-System. Na? So, erste Start. Hopp, 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 wir haben noch keine Zeit. So, runden wir mal hin. Ähm. Erste Start. Hm, hm, hm. Da hinten ist er. Na, komm. Ich beam runter. Disconnected from server. Perfekt. Okay. Hat man's auch schon länger nicht mehr. Ähm. Ich warte im Transporterraum auf dir. Warte mal ganz kurz. So, und zurück. Ja. nochmal anmelden. Ich glaub, das hab ich auch fast jedes Mal, wenn ich auf Kronos komme, oder? Äh, kann sein, ja. Zumindest immer, wenn du irgendwie auf den Planeten gehst. Aber ob's jetzt nur bei Kronos ist, weiß ich grad nicht. Ja, zumindest bei den Klingonen meistens. Tätin seh ich dich. Üh. Da bin ich. So, sprechen Sie mit Vichka in der Nähe des Kanzlerbüros. Der hat ein Büro. Lassen Sie mich ruhig. Ich bin eine Katze. Der lauft ja sogar noch alte Klingonen rum. Mhm. Bin ich richtig? Ja, laut Map. Genau. Nicht mit dem Wichka. Mit Wichka. Äh. Und vielleicht auch ins Internet gelangen. Da die Romulaner über eine herausragende Tram-Technologie verfügen, hat die Kommandozentrale beschlossen, dass Gerissenheit mehr als Stärke gefragt ist. Ihre Aufgabe ist es, die Situation per Shuttle oder einem anderen kleinen Schiff zu infiltrieren. Praktisch wie eine harmlose kleine Fliege. Vorsitzende. Noch Fragen? Nein. Keine weiteren Fragen. Weiter. So, jetzt müssen wir... Auszeichnung erhalten. Die Größe ist egal. Jetzt müssen wir erst auf Schiffswerft ein Shuttle holen. Ich hab ein Shuttle. Muss ich auch nochmal gucken. Ich hab sogar noch nicht mal eins. Und wieso nicht? Ich weiß nicht. Bei den Klingonen hier hab ich noch keinen Shuttle. Ich schon. Das ist ja seltsam. So, äh... Transpotschrift, bitte zur... Schiffswerft. Schüsswerft. Oh. Alter Vater. Was war denn das? Es ist mir doch glatt mein Headset vom Kopf runtergefallen. Äh... Wie geht denn das, bitteschön? Ich musste grad mal unter der Ohrmuschel kratzen. Da ist mir das Ding so nach hinten gekippt und... Ja. Ähm... Ja. Ja, äh... Ist klar. Dann werden die ganze Zeit so eine geschlossene Ohrmuschel drumrum. Du machst irgendwann schwitze drunter oder sonst irgendwas oder es juckt ein bisschen. Ich habe eine geschlossene Ohrmuschel. Ja, jetzt. Das Ding hast du erst vor ein paar Tagen gekauft. Ja. Mensch Junge. Ich mach da schon seit Jahren hier mit. Du weißt gar nicht, wie das ist. Shop. Aus dem Wald durchsuchen. Ruhig. Hm. Ich hätte einen Toron-Shuttle. Also ich hätte auch eine Menge. Alle. Toron-Shuttle. Also ich hätte so ein kleines, dreiechiges Ding. Sieht aus wie so eine Workbee. Äh... Kifra-Shuttle. Ein Kifra-Shuttle. Also ich... Den Todtuch-Jäger. Ne, den hab ich nicht. Das Dujod-Cherio. Das Toron-Shuttle. Ich hab eigentlich alle außer den Todtuch. Und das Kirwa-Shuttle. Ich nehm das da. Welches nimmst du? Ich nehm... Ja, da gab's ja keinen, äh... Keinen Dingens. Keinen... Delta-Flyer-Pondor. Nö. Ich nehm den, äh... Du-Jod. Du-Jod. Hm. Sieht eigentlich schön aus, aber... Ja, den Jäger, den hab ich nicht. Deswegen... Das wär eigentlich so der einzige Interessante. Jetzt werd ich mal ganz kurz da auch mal einen reinsetzen. Man konnte doch mal die Shuttle-Station besetzen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht machen? Hm. Keine Ahnung. Mal kurz anpassen. Warte mal, erwähnen sich das Schiff aus. Ist es als... Kleines Schiff passt. Optisch... Shuttle anpassen. Kann man aber hier denn... Kann man da irgendwas machen? Umgeburre. Weiß so viel... Ich hab halt keinen... Keine nennenswerten Konsolen für das Ding. Oder was haben wir denn hier? Hm. Komm mal da. Macht das dann mal mit. Und das hier. Komm mal auch mal mit. Vielleicht lohnt sich das ja. Äh... Jetzt groß hier ne Konsole für... Was hab ich da drin? Tetrion. Hab ich ja eh keine. Was ist das? Hm. So. Disruptor hab ich grad keinen. Was ist noch das hier? Jetzt willst du nur noch das Shuttle ausstanden. Shuttle, Station, Status. Was hab ich denn drin? Phaser, Torpedo... Ah, nicht Phaser. Disruptor... Achso, das passt ja gar nicht rein. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Dann nimm mal die. So. Ich bin... Bereit. Ach, benutze ich zwar eh, oder was soll's. Ich möchte ganz gerne meine Station besetzen, das kann ich nicht. Ist doch wohl, statten wir. Ja gut. Dann... So, geh ins Hakuna-System. Auf ihr Schiffbeam. Können wir doch gleich hintranswarpen, oder? Warte mal, ich hab hier immer noch... Glaub ich nicht, weil da kommen wir zum Konos raus. Sprechen Sie mir den... Ich muss den Shuttle-Typen noch sprechen. Ich hab zwar den Shuttle geholt, aber ich hab den Shuttle-Typen noch nicht gesprochen. Hm. Bla 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 bla. So. Schloss hacken, geh zum Hakuna-System. Ome... Ja. Was? Willst du davor hin, oder willst du gleich hintranswarpen? Du kannst nicht gleich hintranswarpen. Ich kann ja mit 100 Credits zum Omega-Leonis-Sector-Block. Und wir müssen aber ins Psy-Velorum. Boah. Also auf Schiffbeam. Einmal mit Profis arbeiten. So, jetzt müssten wir... ...über Pikanus... ...Tau-Deva... ...in Psy-Velorum. Was? Was ist mit dem alten Transporter-Offizier geschehen? Aufgrund von Inkompetenz hingerichtet. Komm, flieg! Ja, ja, ja. Wir haben doch keine Zeit. Es soll ein Speedrun werden. Was? Das ist auch ein Speedrun? Wir sind doch von dem Bus jetzt weg. Ja, müssen wir trotzdem. Das ist noch ein Speedrun. Oder nicht? Ja, wie? Ja, wie jetzt? Willst du jetzt hetzen und dann in den letzten zwei Minuten die Mission starten? Ich weiß nicht. Wie ist denn die Zeit gerade? Das ist 17 Minuten. Ja, bis wir dort sind, ist es... Ja, jetzt haben wir hier ein System warpen. So. Bis wir dort sind, ne? Ja, sind wir schon nicht mal hier. Weil ich bin ja jetzt schon quasi da. Also theoretisch. Noch zwar nicht, aber dann. Ah ja. Du mich auch. Wo müssen wir eigentlich da nochmal hin? Karte, Galaxie. Nach Norden. Hakona. Okay. Ich warpe. Also ich fliege. Und in die richtigen Sektorblöcke natürlich fliegen, ne? Ja, ich glaube, da kann man jetzt nicht so viel falsch machen. Aber sag niemals nie, ne? Mhm. Weil denk dran, wir reden immerhin von dir. Ja, komm. Ruhig. Pfi. Raus. Was denn los? Pfi, aus. Oh ja, tun wir mal ein bisschen blündern. Ähm. Ähm. Ich hab' ich, glaube ich, verlieren Werte. Ja. Nimbus. Die Velorum. Warp. Ich muss nach, wo ist man jetzt hin? Hakona, wo ist das? Immer noch geradeaus nach oben. Das war irgendwie im Sibelorum. Das ist eigentlich im Hyalian-Sektor müsste das sein. Oder Onias. Eins von beiden. Äh, ich weiß nicht, ob das... Nein, nein, ist es aber... Achso, ich bin erst mal ein Tau-Deva, deswegen. Jetzt bringe ich noch eins weiter. Das dauert ja ewig. Hm. Da schreibt gerade einer. Da blick ich eh nicht durch mit den neuen Bastel-Kits. Hast du wieder den STO German offen? Hast du sicher? Äh. Tja, das müssen wir uns irgendwann auch mal ordentlich anschauen, wie das eigentlich funktioniert, ne? Weil noch bin ich ja so ein bisschen... Also man sieht zu wenig von den Teilen, ehrlich gesagt. Als es sich das gleich mal so lohnen würde, da... Äh. Weißt schon. Mhm. Auf den Zug aufzuspringen. Ja, ich bin gleich im Psi-Valon. Ja, ich fliege noch hier hoch. Ja, damit kriege ich mir die Folge noch voll. Das sag ich doch. Ja, da ist doch schon die Basis direkt voraus. So, ich bin jetzt im Tau-Deva. Ah, Kona-System. Nehmen wir halt Transwarp. Ne, ich gucke hier gerade noch... Ähm... ...hier meine Schiffs-Systeme durch, dass ich das jetzt... ...bisschen besser noch ausstatte. Hm. Hm. Ja, ja. Und sonst? Alles okay? Alles... Alles fit? So. Ich bin da. Nur keine Eile. Eile mit Weile. Jetzt fliege ich gleich in den... Toll, jetzt kann ich wieder auf dich warten. Jetzt fliege ich in den letzten Sektor-Block. Ladeschirm, Ladeschirm. So ein schöner Ladeschirm. Ist das die Bellafone-Klasse? Oder wurde was weg? So, noch fünf Lichtjahre weg. Seit über 30 Jahren ist der Zugang auf dieses System... ...auf dieses System Schiffen mit einer Sicherheitsbescheinigung... ...der Ebene de Vass vorbehalten. Obwohl diese Einschränkungen nach der Zerstörung... ...der romulanischen Heimatwelt aufgehoben wurden... ...wurde in dem System seit 2380... ...mehr als 47 Schiffe verloren gemeldet. Captains, die diesen Bereich betreten... ...werden angehalten, taktisch gesehen wachsam zu bleiben. Okay. Hast du mitgekriegt? Wir müssen taktisch gesehen wachsam bleiben. Naja. Ach, da ist er ja schon. So, da bin ich. Ach, du bist mit dem... Hä? Ja. Du hast das Shuttle ja schon gehabt. Ich bin ja jetzt... Ich hab's ja erst genommen und dadurch hab ich das Auto im Anstieg gehabt. Du bist natürlich gleich rein, ne? Ja. Also ich hätte ja schon mal erst mal die Folge beendet, ne? Ja, mein Gott. Da komm ich doch wieder raus. Jetzt, jetzt bleib's drin. Jetzt bin ich grad auf dem Weg nach draußen. Und ich bin auf dem Weg nach drinnen. Ich bin grad raus. Mann, ist doch jetzt... Ich wollte mal sagen hier, ne? Ich beende mal die Folge, hau'n Don mal kurz aufs Maul und sehen uns nachher wieder. Bis dahin. Tschüss.